Musik Petitionskaufleute und Logistiker organisieren Gütertransporte mittels Bahn, Lkw, Schiff und Flugzeug. Wir planen, disponieren, kalkulieren Routen und Termine von den Abgangsstationen zu den Bestimmungsstationen und das weltweit. Wir sind die Architekten des Verkehrs. Unsere Branche legt größten Wert auf die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Dazu sind Ausbildungsmodelle geschaffen, wie die klassische Lehre über drei Jahre, die Doppellehre zum Speditionslogistiker, Logistikerin in einem vierten Lehrjahr und jetzt auch neuerdings die duale Akademie. Als Logistiker bist du immer gefragt. Die Jobchancen und Karrierechancen sind gut und die Entwicklungsmöglichkeiten für einen Aufstieg ebenfalls hervorragend. Und mit der tagtäglichen Bestätigung in einem Beruf, wo du gebraucht wirst, fällt es dann vielleicht auch sogar leichter, berufsbegleitend das passende Studium oder eine Spezialausbildung noch anzunehmen. Du bist teamorientiert, an Sprachen und fremden Kulturen interessiert, dann steht dir mit der Logistik auch eine weltweite Karriere offen. Du bist offen für Neues, du willst deine Chancen nützen, du willst aus deinem beruflichen Weg etwas machen, dann ist der Beruf des Speditionskaufmanns, des Speditionslogistikers die richtige Wahl für dich. Wir sind die Architekten des Verkehrs. Hast du Interesse? Dann klick auf www.gib-tir-den-kick.at KONSTIT 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 Vielen Dank.